So, sind wir wieder zurück. Heute gibt es das Finale. Event, finalen Teil. Letzte drei Rennstrecken. 4GT1, dann sind wir Meister. Unter der Pond Panorama. Mit seinen engen Kurven, überall Banden, wo man da vorkrachen kann, Achterbahnfahrt. Wenn man die Kurven ja gut nimmt, dann kommt man fix durch. 307 kmh, jetzt hat man höchste Geschwindigkeit erreicht. Da hüpft ein bisschen vom Vorwerk her, schlägt auch des Öfteren durch. 5 Sekunden Vorsprung. Jamie kämpft der Wörthaus wieder hinter uns. Ich will noch ein paar Punkte reißen. Ich will noch ein paar Punkte reißen. Ich will noch ein paar Punkte reißen. So, am runterballern hier. 1,8 kmh. 1,8 kmh. Letzte Runde. Ich denke wir durften jetzt danach schon Meister sein. Punktemäßig. Wir hoffen uns das keiner mehr nehmen. 1,8 kmh. 1,8 kmh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020